Leute von heute und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von DBNFL Server und wir haben natürlich wieder Videos mit dabei und wir sehen eben da mit OP Rüstung oder wie du? ein bisschen also mein Schwer also wenn ich meine es nur es reicht so ich meine mein Schwer macht Alpha Tech Damage und Verbrennung und zieht aus zwei Herzen ja sie mir zwei Herzen hau mich mal bei mir mit zwei Schwer noch weniger als nicht aber auch noch Schuss auf Schuss auf meine Rüstung ok warte ja ich hab ein halbes haha ok ich hab einen Stärke 4 Bogen mit Haltbarkeit 3 so und deshalb verschwende ich meine Regeneration 3 nein ok ne ja wir haben erneut mal wieder eine Netherfestung gefunden leider nicht als erste aber wir wollen eh nur XP weil wir unsere Rüstung so hart verzaubert haben dass wir keine XP mehr haben ja sagen wir mal wir haben 40 Level verzaubert 80 insgesamt ja insgesamt 80 und da ist eine Blaze ja ok ja gut jetzt können wir es uns eigentlich leisten ja da gibt halt viel mehr XP dann ja und da ist halt jetzt wieder ein Winter du sauerl ja ja du sauerl also fuck ich hab den jetzt wirklich ich hab magma cream du hast magma cream nice oh fuck ich hab dich geht danke brauchst du heiltrank ne okay ich habe zweieinhalb herzen verloren also ich glaube da oben ist es bauen junge bei mir jetzt kurz gelegt alter der stand einfach so vor mir ja du hast mich schon wieder gehadet der nächste wieder weiter wie lange hinter uns hinter uns da ist noch wieder mal der wie lange haben würde der effekt stirbt man sich und kann man nehmen kann man beim brüder effekt sterben eigentlich ich glaube da geht nur auf mal bis jetzt aber es ist halt die vergift ich glaube da kann ich sogar töten und das ist die vergiftung aber als wenn du bist würde der sich glaube ich sogar aber ich kann nichts versprechen ja ich habe auch nur 4 1 halb ich habe eh 4 1 1 jetzt warte was ist da vorne ach ich bin so stolz auf unsere rüstung also das heißt falls ihr mann gedauert aber letztendlich war sie doch recht nice ja falls oder besser gesagt ist sie einfach ganz nice reparieren dauer kostet zwar extrem viel level des reparieren von so einer rüstung die so extrem verzauert ist genau also da können wir schon wieder 80 der wenigen haben wir reparieren wollen ist wirklich so in der guter um mit nether quads geht das ja wir waren ja jetzt zwei stunden mehr vorher oder so ja das ging aber schon kann man sagen unsere zeit addiert das noch bei der kurse oder an die stubs manche schauen ja keine ahnung haben wir den restlichen leuten eigentlich sagt dass wir auf ja die wissen das ja die wissen das ja ja genau ja ich habe jetzt gesagt dass wir gerade erst angefangen haben na jetzt habe ich vergessen wieder vor der aufnahme es gab zu schließen denn das wollte ich ja machen denn fuck fuck soll ich uns heilen 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 nein ich habe zehn herzen ja aber ich nicht ich habe noch ein halbes gehabt hüttel 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 ja du hast du nicht glaubt dass ich war fast low ich glaube ich habe ich habe dich dreimal gehittert ja da ist ich habe das ist richtig da bauen sie haben pigments und dann noch du alle jungen warte richtig ich habe dich wieder gehirrt hüttel jürgen ist ich verkraft das nicht mit meiner rüstung und ich hätte das mit einer verbrennung ja ich habe einen schutz ab um gehen wir dann gleich wieder zum sporen denn ich will jetzt nicht so groß suchen denn am sporten vom sporners hat man die die den zweiten teil der festung sehen gesehen okay ist nicht never öffnen sich ein äh ein liebes fischem Weg geht auch entgegen dass wir sie reden in der Welt also du kommst auch in sporen und schon wieder fast in der Falle und dann wäre ich glaube ich war es für da vorne ist der andere teilgenommen aber folge mir folgen sie mir bitte danke die pigmentale jetzt machen sie einen aufrufen bei der Kurs wird noch mal angestuft die hier um Prozent ich tue das so wenig nachher nicht gelesen hätte weil ich jetzt nicht antworten kann darauf dazu muss ich zu lang zupfen recht totes sein ja das kann ich das mögliche Arten bis hin sehr schön naja es ist halt gefährlich wir müssen ab müssen wir mal ich dachte wir müssen jetzt quer über den Lava sehen müssen wir aber schon gut es ist es ja bei welchem Level bist du als 17 12 erst bei kurzem und technisch kürzer wo die schneller will ich denke ich ganz schneller besitzen bei der Protektionsproteck nicht ja ich werde mich in Gas Du hast meinen Bogen noch? Ich habe meinen Bogen und 49 Pfeiler. Den Wort hittest du nämlich den Gast. Ja, auf meinem Bogen habe ich Stärke 4 bekommen. Ich auch und ich habe auch noch Haltbarkeit 3. Ja, ich habe halt nur einmal Enchanted und du hast zusammengefügt. Ach stimmt, aber ich hatte die Haltbarkeit 3 und die Stärke 2 auf einmal. Ja, ich hatte Stärke 4 und Haltbarkeit 3 auf einmal. Ich bin kein Roboter. Ich habe einen Minecraft-Name, wenn ich mich nicht irre. Und dann werde ich direkt mal hier in den Server. So heißt du. Süßer? Da hast du recht, mein Lieber. Du hast recht. Hey, da ist NeverQuartz, das abbauen. Ja, Netter Quartz, immer mitnehmen. Brauchen wir. Warte, da ist ein Pigman, das ist meiner. Mein Pigman. Ah, da ist ein Ghast. Ich habe ihn nicht getroffen. Ich will ihn! Ah, ich hab... Der war wirklich Wornhead. Ja, eben. Die haben richtig wenig HP, die kannst du schon mit einem Feuerball vermitteln. Warte, 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 warte. Da muss ich hin, da muss ich jetzt hin. Der ist nämlich an Lang gestorben, oder? Da müsste eine Gasträger sein. Warte, hier ist XP. Wo bist du? Nein, ich glaube, die ist 100 Quallen. Ja, ich hab hier grad lief mit, äh, Pigments. Äh, brauchst du Hilfe? Nein, nein. Wo bist du? Ja, da ist noch einer, da ist noch einer. Ich weiß nicht, wo du bist. Ach, da, ja. Ich hab... Hey, du hast... Du hast zurückgeworfen. Ja, mit dem Bogen. Du hättest das... Ach so, stimmt. Du hast Verbrennung, gell? Das hättest du sehen sollen. Dein Bogen hat... Das sah aus, wie wenn du einfach den Pfeil zurückgeschlagen hättest. Also... Ja, eh, hab ich. Ich hab mir im Pfeil geschossen. Seine Kugel ist schon geflogen und... Ach so, stimmt, ja. Hast du grad die Pigments... Woah! Warte. Was war jetzt los? Hast du grad Pigments angegriffen? Ich greif jetzt, weil ich hier grad an, ja. Boah! Die haben mich plötzlich einfach so willkürlich angegriffen, obwohl sie vorher nichts gemacht haben. Okay. Dann bin ich jetzt rückwärts zu ihnen gestanden und dann kam sie plötzlich. Okay, warte, wir müssen... Wir müssen... Wir müssen... Wieso? Ja, an dem Rand, als du da standest, dann wärst du ein Lava gefallen. Ach so. Ah! Wir müssen... Nein, nein, nein. Wir müssen aber... Da drückst du einen Schadentrank rein, da brauchst du einen Trank. Den... Den... Den brauche ich keinen Trank, dann bin ich tot. Ach so. Wir haben... Wir haben... Ja, äh... Wir haben nämlich festgestellt... Dann hast du noch zwei Herzen. Schon? Sechs Herz? Hast du nicht gesagt? Acht macht der? Nein, sechs. Das baue ich schneller ab. Ja, ich baue hier auch das Nelle Quartz ab, aber wir müssen auf jeden Fall dort rüber. Ja, auf die Spitzeige habe ich auch, äh, Effizienz 4 bekommen. Also... Beim Verzaubern hatten wir schon echt Lack, muss man sagen. Ach du Gott, kommen wir wieder Hilfe! Wo denn? Ja, ich krieg's dir, okay. Aber das waren jetzt locker zehn Stück. Ich seh' dich nicht. Ah doch, ich seh' dich. Boah! Achtung, da ist noch einer. Ja, genau. Achtung, andere Seite hinten wieder von dem... Boah! Boah! Weil der von oben fällt, glaube ich gleich einer. Da will einer runter springen. Nein! Boah, ich bin der Level 20. Tu es nicht! Nein! Hat's getan. Wow! Wo kam die beiden jetzt her? Ja, wo kam der dritte jetzt? Alter! Was... Was ist das? Ich bin jetzt Level 20. Ich werde Christian vermissen. Von hinten kommt wieder gleich einer. Danke! Ich werde Christian trotzdem vermissen. Da eben die Hotkeys doch schon ein bisschen weiter. Ein bisschen, ja. Boah! Junge, warum greift ihr mich nicht an? Ich hab' gerade euren Bruder getötet, ne? Ist euch egal, oder? Aber nicht wie cooler bin! Nee, weil du die sterbere Rüstung hast. Deswegen... Jo, das ist hier einfach... Richtig... Da ist schon wieder einer runtergesprungen! Wieso springen? Die begehren alle Suizid? Der war ja 2-Hit bei mir, weil er so viel Fall damage gekriegt hat. Der war 1-Hit. Warte, wenn ich mich richtig erinnere, mach mal mit nem Stein-Hit. 5 Hits oder so für die, gell? Ja. Für 4 oder 5. Ja, ich mach die auch 2-Hit. Äh, ich snack mir das. Okay, ne. Wie selber bist du? Gut, äh, 19. Ja, ich bin... Ich hab dich aufgeholt. Aufgeholt oder eingeholt? Eingeholt. Okay. Hinter uns, hinter uns, hinter uns sind Massen! Ahhhh! Oh, ich brenne, ich brenne, ich brenne! Ja. Derikst du ich nicht? Ich hab aus... Du hast Feuerschutz! Ich hab aus dem vorherigen Folgen gelernt, immer auf die Herzensanzeige schauen, bevor du in einen Fight reingehst. Irgendwann hab ich einfach... Ja, ich war voll, ich war voll, ich hab jetzt noch 4 Herzen gehabt. Ja, yo, der nächste, der in Suizid springt, alter! Boah, meine Rüstung hat schon, äh, ungefähr 50 Damage-Punkte gekriegt. Okay. Lass da hochgehen, komm! Ja, ja, sicher, dann müssen wir ja hoch, sonst kommen wir nicht zur Festung. Und wir brauchen uns nicht mal irgendwo rüber bauen. Doch, ich baue mich rüber. Äh, warte, äh, wo bist du? Ach so. Ach da! Da ist ein... Bist du runtergefallen? Ach! Irgendwas hat mich runtergeschmissen, Alter! Hast dich zum Spawn-Teleputzen? Ja, ich hab mich... Alter, ich bin so froh, dass ich was... äh, Feuerschutz auf meinen Hosen hab. Ich wär jetzt down. Ich wär jetzt down gewesen. Ja, stört sich, wenn ich never bleibe. Da ist Feuerschutz hat der Magma Cube und so. Ne, ich komme auch jetzt wieder. Ich weiß nur nicht, was mich grad da gehirrt hat. Das war ein Zombie. Also, so ein Pigman. Ja. Und zwar ein Feuerschutz. Boah! Schon wieder reingefallen, Alter. Nein, nein! Die Magma Cream, nein! Ist hier runtergefallen? Wenn die Lava genau in den Schlitz, nein! Da droppt man den Magma Cream und dann fällt es hier runter. Okay, schade. Warte, ich bring kurz ein bisschen Müll nach Hause und dann komm ich wieder. Ich muss raggen auch. Boah! Die Nennerfolgen sind einfach immer die gefährlichsten. Ja, never ist einfach sackgefährlich. Ja. Ich brenne schon wieder. Ich brenne schon wieder. Wir sind aber auch ein bisschen dumm, weil wir... Da ist ein... Da ist ein Spawner. Und zwar ein Wilvers. Ist das ein Wilverspawner rein? Ne, Wilverspawner gibt's nicht. Ja, das ist ja schon ein bisschen OP, so ein Wilverspawner. Ich hab'n Lodenspawner gefunden. Na, bin ich jetzt erstmal. Ja, äh... Du kannst mir dann nachher die Koordinaten durchgeben. Ich komm dann natürlich gleich, wenn ich in der da bin. Sagst du's mir gut gerührt, danke. Ich muss nur ein kleines Dach bauen, sonst fliegen wir jetzt oben raus. Mir ist gerade was aufgefallen. Ja? Nimmst du einfach nicht auf. Doch, doch, doch. Aber? Junge, wenn ich mich nicht aufnehmen würde, ich würde das einfach so schreien. Ne. Ich würd's voll feiern. Du würdest das feiern, okay. Ja, wenn das zum zweiten Mal so wär. Ja, mehr als zum zweiten Mal. Wir haben schon so oft einfach irgendwas aufgenommen. Und dann einfach so... Weißt du, du warst Charmper? Ja. Da wollten wir mal so einen Kampf der Giganten machen, nur zu zweit. Wir waren... Wir waren... ...vergessen aufzunehmen. Ja. Wir waren ausnahmsweise mal nur zu zweit und dann sowas. Ja. Ja. Hab' ich gesagt, dass ich aufnehmen werde? Äh... Meine schon. Okay, ja. Nein, ich hatte... ...die ganze Zeit das falsche Texture Pack drin. So, jetzt teleportier ich mich aber nicht mehr aufzubreiten. Einfach. Ja, stopp. Danke. So. Ähm, ich geh mal ungefähr dorthin, wo... ...wo die Festung ist und dann kannst du mir die Koordinaten durchgehen. Da mach' ich gleich, ich bin grad nur im Fight-Verwicklung. Ja, ja, ja. Und die Pigments greifen mich auch nicht mehr an. Und... Mich auch nicht mehr. Ja, jetzt sieht halt alles mit dem Texture Pack von John Smith etwas anders aus. Ja, aber ich find's viel geiler mit John Smith. Ja, ich hatte bis... äh... bis da hoch. Gerade das Spex... Ja, also ich hab' jetzt vier Blaze Rods und 23 Level. Okay. Wir sagen, wenn wir gehen, bauen wir übrigens das vorne ab, nur so nebenbei. Ja, sicher. Ich meine, braucht keiner. Den... den braucht keiner anders. Da braucht keiner... da braucht keiner Blaze Rods. Ich hab' nachgebracht. Keiner hier will Blaze Rods haben. Na, ich bin gewivered gleich zweimal lau. Gewivered. 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 Gewivered nehmen sollen wegen der Absorption. Okay. Ist... aber das ist jetzt der neueste... das neueste Adjektiv oder gewivered? Ist das so'n neuer? Ich hab' schon letzte Folge benutzt. Hey, da ist so'n fetter Wiver-Turm, da geh' ich mal kurz... äh, so'n fetter Wiver-Turm, da geh' ich mal kurz rein. Geh' ich mal kurz den Laden aufmischen. Okay. Äh, ich bin in der Festung. Du kannst mir die Koordinaten jetzt sagen. In welcher Festung? Da, wo du letztes Mal auch waren? Äh, nein. In der fetten, wo drei Wider-Gards sind. Also... Äh, komm' zu... Warte. Ich könnte ihr gerade nichts zu hören, das lässt leider meinem Verstand nicht zu... Okay, ne. Ja, bitte. 351 848. Wie... 848, ja. Also 351 848. Ja. Ähm... 62... Ne, 61, tschuldigung. Ich seh' dich. Ähm... Oh. Guckuck. 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 Ey, YOLO, Alter. Da kannst du einfach reinlaufen. YOLO, mein YOLO. Blup. Ich kämpfe halt einfach mal alleine. Ja, gegen alles. B... 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 Hier liegt ne... Bl... Bl... Blatze, rot. Oh, Entschuldigung. Beachtest du mich jetzt endlich mal? Arrogantes... Schwein. 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 Nein, ne, du. Und dann, der River. Die Blaze. Ich hab sechs Blaze-Rosses und sechs Kohle. Ich hab sie abgeschossen und das war... Sie... Sie sagte sich einfach, ne. Ne. Die River spawnen einfach mehr als die, äh... Blazes. Blazes, ja. Was für cool. Komm mit zum Blaze-Spawner. Ich krieg... Warte. Da hat wieder eine gewordet. Das werd ich natürlich dann nach der Folge auch machen. Ja, wo ist er? Bitte? Komm mit. Ah, hier sind schon wieder mehrere Blazes. Ja, komm einfach mit. Dein Blaze-Spawner gibt's genauso viele. Okay. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo er ist. Ich bin... Du bist von da gekommen. Ah ja, okay. Jetzt weiß ich wieder, wo er ist. Da ist ein Quarz-Block. Und da jetzt rechts, da jetzt rechts dann. Ja, da musst du rüber. Du hast aber nicht... Das warst nicht du, oder? Wow! Junge, warst du das grad? Ja, versehentlich. Boah, sch... Wenn das eine Blaze gewesen wäre, wär's jetzt unten gewesen. Da ist er, oder? Ist er nicht da? Zu was sagst du jetzt hier? Ich bin nämlich grad bei einer anderen Plattform als du, denke ich. Da ist eine Magma-Cream. Ey, du siehst mich, ich bin links von dir. Doch, doch, doch. Ich seh dich schon, aber ich würde die Magma-Cream töten. Und ich hab Magma-Cream... Wieso sitzt du mal Bogen, man? Ist doch ein Magma-Cream. Kriegst du easy weg. Ah, ich bin Weeders. Ach, ich mach jetzt Kriegen mit den... Ich bin Weeders, und ich will Pfeile sperren. Ja, ich hab noch 44. Wie wärst du noch? Ich hab zwei Magma-Creams jetzt. Ich hab 16. Pfff, ja! Ich hab jetzt 20 verschossen, und du hast... Warte, 30? Nein, sogar 40. Entschuldigung. Haha, ich glaub, es sollte nur einer bei Blaze-Rotsporners sein. Du, Freaking-Arm? Ja, wenn du mir bereitläufst, kenn ich gar nix. Oh, da ist ein Lever. Need somebody help? Nein. Ja, flieg, tschüss. Die Biene. Ich geh jetzt ein paar Lever aufs Kreuz. Nein. Seh ich nicht ein. War die Biene 400 wird einfach in der Tab-Leiste nicht an... Oh, das sind vier Lever. Ach du Gott. Die Blazes denken sich scheinbar grad... Nee, der Ost-Jung ist hier, der kriegt keine Blaze-Rots. Ja, gut, ich mein, ich hab acht, aber... Ich hab sieben. You will never get so much money, bitch. Ich hab sieben Kohle, ey. Sieben Kohle, huh? Weiß, was für lustig ist? Du kannst einfach alle mit Noppeg herunterschlagen, wenn sie dich nerven. Ja. Wir haben übrigens zu Hause noch einen Rückstoß 2-Bug. Ich weiß, das muss ich aber... Oh, das ist ja Fisch. Das facken wir aufs Schwert. Was? Ist grad ein Magma-Cream vorbeigehüpft. Und nur den Magma-Slime so. Hat aber nicht gedroppt. Gedroppt. So, wir sind auch jetzt schon wieder bei 19 Minuten. Ja, wir sagen, hauen wir hier mal einen Cut rein. Ja, genau. Beide. Ich will deine Lohnroute, aber du wachst nicht. Dann töte ich dich. Wenn ich frei blicke, dann halt mit Gewalt, oder? Genau. So. Und da ist das verhorrere Fleisch weg. Jo, gut, dann würde ich einfach sagen, beenden wir diese Folge hier. Wir werden auch in der nächsten Folge Anfang noch hier sein und... Oder nee? Nee, werden wir nicht. Danke schon. Vielleicht. Mal gucken. Vielleicht, ja, okay. Wir werden sehen. Und ja, dann... Ich hoffe, wir sehen uns wirklich bei der nächsten Folge wieder. Und ja, falls euch die Netta-Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da für Vitus und meine OP-Rüstung und dann töten wir hier... Und meine OP-Rüstung, bitte, danke. Hab ich eh gesagt. Für Vitus und meine OP-Rüstung. Ja, ich hab auch eine OP-Rüstung. Ja, ich weiß. Meine OP ist sogar eine OP-Rüstung. Ja. Okay, gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.